Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die Dachsanalyse für Donnerstag, den 6.8.2020 und unser Dachs spielt Riesenrads. Der dreht sich schön im Kreis, hoch und runter, immer mal wieder an der gleichen Stelle, also wenn man 2-3 mal gefahren ist, kennt man irgendwann die oberen und die unteren Punkte und ja, so richtig finden wir noch keine Richtung, finden noch keine Orientierung. Letztlich auch erstaunlicherweise überhaupt nicht, aus der Reservelocken mal so ein bisschen mit den Amerikanern mitzuspielen, nach dem Motto, die sind mir zu doof da, den will ich nicht spielen, mag ich nicht, das Spiel gefällt mir nicht, dafür bin ich einfach Dachs und ja, Dachs ist halt ein kleiner Schwachmat manchmal halt, also da einfach mit den Amerikanern mitzupowern, das ist schon immer so, da ist er nicht der Klassenprimus, umso erstaunlicher ist es eigentlich, wenn man langfristige Charts so nebeneinander liegt und dann eigentlich doch feststellen muss, dass der Dachs gar nicht so weit von der Performance davon entfernt ist, genauso wie wenn man den Tech-Dachs oder den M-Dachs mal gegen Dow Jones und Nasdaq legt, das ist immer wieder fantastisch, ne, jetzt fehlt mir das richtige Wort, das ist immer wieder beeindruckend, wie heimlich der das dann eigentlich macht und die Ausgleiche holt, nämlich in dem Moment, wo die Amerikaner dann einfach mal stehen bleiben oder sich einfach mal wochenlang nicht mehr bewegen und auf der Stelle notieren, da schafft es dann immer wieder unser Dachs ein bisschen aufzuholen, da sind wir aber jetzt noch nicht an dem Punkt, deswegen betrachten wir nochmal momentan, also da brauche ich nicht auf den Tagesschrat zu gucken, um zu sagen, dass diese Tageskatze nicht gut aussehen kann, ne, also das ist einmal komplett hoch und wieder zurück, na, was ist denn das gewesen, also, Dachs, stell dich in die Ecke und schäm dich, wirklich, also, wir haben es, gucken, wir haben es gestern gesagt, ne, also wir haben gesagt, hier würde grundsätzlich noch eine zweite Abwärtswelle fehlen, einfach, weil wir gesagt haben, der ist hier schön impulsiv hoch mit drei Antriebssträngen nach oben, sprich, jetzt wäre typisch, dass er ein dreiteiliges abwärts oder seitwärts, ja, eigentlich haben wir gesagt, Abwärtsmuster bringt, ne, so eine A, B, C, dann sind nicht macht er das gerade halt, ne, die C muss noch nicht ganz fertig sein, könnte sein, dass er dann nochmal Richtung 5,50 unten rein sticht und 5,60 vielleicht, vielleicht auch 5,30, 4,90, das muss ich zeigen, auf jeden Fall wird das dann hier, das muss man jetzt höher ziehen halt, ne, weil das ist ja genau das, was wir gesagt haben, das ist diese zweite Welle und für die fehlt halt zum Donnerstag jetzt noch ein bisschen was, sollte die kommen, sollte das machen, dann könnte durchaus so ein Punkt einsetzen, wo der DAX dann anfängt, den Amerikaner nachzustreben, weil dann haben wir hier eine, eine abgeschlossene Korrektur und dann kann der genauso viel Wumms, wie er hier bekommen hat, hier entfalten und nach oben treten, so, na, für solche Fälle gibt es dann hier so Fibro-Projektionen, da kann man dann mal so ein bisschen gucken, wo liegt denn dann ein Ziel, setzt man hier unten an, ich gehe jetzt mal von einem Tief um 5,30 aus, kann natürlich auch woanders liegen und dann haben wir ein Kursziel bei 13,80 etwa, nach oben, ähm, Zwischenziel bei 12,9,55 sehr markant und bei 12,8,70, das passt wie die Faust aufs Auge eigentlich, wenn das Fibro denn tatsächlich auch so kommen würde, ähm, da haben wir bei der 8, ich zeige jetzt mit dem Finger drauf, aber Sie sehen es ja nicht, wenn ich mit dem Finger auf dem Bildschirm zeige, bei der 8,73, wenn ich die Maus jetzt bewege, dann sind halt die Zahlen weg, deswegen zeige ich mit dem Finger, dass ich es nicht sehe, erzähle ich es Ihnen einfach, bei 12,8,73 ist mein Finger jetzt drauf, da liegt nämlich links das Gap, da ist noch ein offenes Gap und zwar das hier, ne, das würde dann, das würde dann ganz gut passen, wenn das Tief hier um die 5,30 rum ist, dann hätten wir oben das zweite Ziel um die 59, 69, da liegt so eine horizontale Widerstandsmarke und die letzten markanten Hochsauben, das passt auch gut und eben die 13,80, ähm, da haben wir auch noch ein bisschen was, das sind dann die Tiefs, das fände ich ganz schick, also sollte man auf jeden Fall im Bereich um 5,30 mal Ausschau halten, nach Umkehrkerzen kommt dort Stärke in den Markt rein, ja, also sehen Sie, dass der, in der Regel kommt der sehr schnell dahin, so dass Sie Angst davor haben, dort long zu gehen und dann denken, der fällt noch weiter und fällt viel, viel, viel weiter und wenn Sie short sind, denken Sie sich, ach, jetzt lasse ich mal laufen, jetzt lasse ich mal laufen, jetzt geht er bis 11,400. Ich will nicht sagen, dass Sie dann komplett glattstellen müssen, aber ich will sagen, Sie müssen dann dort aufpassen, wenn er dann dort, genau dort Stärke zeigt, ne, weil in der Regel kann der DAX dann eben genau so ein Ding halt wieder zünden, ja, ne, so eine Bewegung zünden, so, jetzt packt man das hier zur Seite, Sie haben das verstanden, ähm, also hier in dem Bereich auf jeden Fall aufpassen, es geht ab 11,65 los und hört bei 11,94 auf. Das ist so die, die Zone, wo es jetzt passen würde, wenn er nach unten geht, aber dafür muss er auch zum Donnerstag erstmal überhaupt nach unten rausarbeiten, er muss nach unten, ne, ich denke, das wird angesichts der Tageskerze nicht sonderlich schwer, aber man soll auch niemals nie sagen, ne, wenn der jetzt hier drüber geht, ähm, dann wird es wohl eher ein Dreieck werden, halt, ähm, dann könnte ich mir, also wenn er jetzt nach oben arbeitet, dann könnte ich mir eher sowas vorstellen, dass er hier so langsam hochgeht, einmal kurz drüber guckt, vielleicht so an der 900 dann rumzögert, nicht gebraten kriegt, nicht auf die Reihe kriegt, dann einmal zurücksetzt und dann halt so ein Dreieck macht, ja, wie so ein steigendes Dreieck, was dann nach oben auflöst, vielleicht auch wieder ein Keil, macht momentan sehr, sehr viele Keile, auch auf kleineren Zeiteinheiten, ja, das wäre dann durchaus so, was, was ich mir vorstellen könnte und dann hier hoch Richtung, ja, Geb, Plus und Weiter, ja, das, das als solches und eben hier die Unterstützungszone, so, vielleicht sogar ein bisschen tiefer, 6,95 ist so, so auffällig, so, und die Dreieckung, hä, das würde passen, also das, vielleicht sogar das auf einer Linie hier liegt, ne, ähm, das ist wie ein Keil hinkriegt, das wäre dann letztendlich ein bärischer Keil, aber ich glaube, er würde nach oben auflösen. Das wäre so meine Erwartungshaltung auf der Oberseite, wenn er, wenn er positiv notiert, wenn er Stärke zeigt, dann wird er diesmal auch über die 7,60 drüber kommen, ähm, aber nicht lange, wahrscheinlich dann 7,80, 7,90 wieder auf den Buckel kriegen, auf die Nase bekommen, zurückzucken und hoch. Erwartungshaltung auf der Oberseite, sehen wir in DAX unterhalb von 6,20 zum Donnerstag ab, weil dann rechne ich damit, dass wir 5,60 bis, ich sag mal, 4,90 einreißen, genauer kann ich es Ihnen nicht nennen, ähm, und wie gesagt, dort wird sich entscheiden, ob er, ob er, ob er durchgeht oder nicht halt, also das ist ganz wichtig, dort aufmerksam sein, wenn, Trendwende-Signale beachten, starke Kontakkerzen beachten und dann auch nicht in der Überzeugung sterben, bitte halt, ne, also da verlieren sie nur Geld. Wenn, wenn der Markt dann in dem, in dem Bereich eine grüne Umkehrkerze bringt und sie sagen sich, Mensch, das ist genau das, was der Martin gemacht hat und dann stellt er da hinten noch eine längere rote Kerze, die, die grüne Kerze komplett umschließt, dann war das ein Fehlsignal, dann raus dort wieder aus dem Long zurück, und, ähm, im Zweifel mit der Schwäche noch ein bisschen nach unten gehen, weil das kann dann hier bis 3,20, bis auf Gap-Close gehen, 3,70, 3,20, bei 3,22, ich sag mal erstmal 3,70, aber 3,20 wäre auch denkbar, da ist noch ein offenes Gap zu schließen. Äh, das würde dann aber eher für den Freitag passen, vielleicht dann nur eine 3,70, ja. Ähm, wichtig ist nur diese Aufmerksamkeit und, dass sie wirklich den Kopf ausmachen, dass sie das nicht irgendwie auch für ihre Position denken, neutral bleiben, wenn die läuft, wenn die gut kommt, laufen lassen, mitgehen, die paar Punkte nehmen, die da kommen, und, äh, wenn sie aber merken, der Max spielt überhaupt nicht mit, nicht im Sinne von der Zeit, also nur weil etwas lange dauert, heißt das kein Grund, den Trade abzubrechen, ja. Aber wenn der, wenn sie sehen, der, 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 der bringt so viel Power dann nach unten, nachdem er ein Umkehrsignal nach oben gesetzt hat, dann ist das ein Zeichen, dass er weiter nach unten will. Also das ist soweit meine Erwartungshaltung, ich denke, wir kriegen genug Bewegung, das könnte ein bisschen spaßig werden, stehen einige Unternehmenszahlen auch auf dem Zettel für den Donnerstag, ähm, auch im DAX halt, auch, auch große DAX-Werte, ähm, von daher, ja, sollte das nicht langweilig werden zum Donnerstag. Ich drücke Ihnen die Daumen, das sind meine Eckpunkte, wir können den Tagesschauern nochmal reingucken, aber das sehen Sie doch, der hat hier eröffnet, der hat hier geschlossen, das ist eine rote Tageskerze mit einer mega, mit einem mega, mega, mega langen Docht obendrauf. Ne, also, das brauchen wir uns nicht angucken, die sieht kacke aus. Wahrscheinlich vom mittleren Band weg, nach unten, ah, nicht ganz, aber, also, das hätte schon Potenzial, sich nach unten zu entladen und auch hier lässt die 350 grüßen, 370, 390, 350, 370, also, wenn er, wenn er es richtig übertreiben will und den, den Bereich um 94 verkackt, letztendlich, dann ruhig 350 mit Einplan, 350 bis 320. Ja, gut, das ist meine Erwartungshaltung, machen Sie was draus, holen Sie sich ein paar Punkte und, äh, ja, lassen Sie nicht so viel liegen, lieber zügig genug von Verlusten trennen und dann auf der Gewinnseite mitschwimmen. Ja, das ist in der Regel besser. Ich würde hier ausmachen, drücke Ihnen die Daumen und bis morgen, tschüss. Ja, das ist in der Regel besser.